Es kommt nicht darauf an, die besten Fonds in einem Dachfonds zu vereinen. Viel wichtiger ist es, wie diese Fonds zueinander passen. Ob es eine solche optimale Strategie gibt, das wollen wir besprechen mit Jürgen Dumscher, der ist Geschäftsführer der Acon Fonds Marketing GmbH. Herzlich willkommen. Herr Dumscher, vielleicht zunächst mal die ganz grundsätzliche Frage am Beginn. Was sind denn eigentlich überhaupt die besten Fonds? Das ist eine Frage, die stelle ich mir jeden Tag erneut. Es gibt den besten Fonds oder die besten Fonds einfach nicht. Je nachdem, welche Kriterien ich zugrunde lege, um Fonds in irgendeiner Reihenfolge zu sortieren, lege ich immer subjektive Kriterien zugrunde, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Für einen ist die Performance wichtiger, für den anderen ist der Drawdown oder der Kapitalerhalt wichtiger. Und je nachdem, wie ich diese Kriterien ordne, kriege ich ständig unterschiedlich und andere Fonds als beste Fonds in einer Rangliste. Das sieht man ja schon ganz einfach daran, wenn es den besten oder die besten Fonds gäbe, dann müsste ja Lipper, Ferry, VWD, Morningstar, was weiß ich was, alle den gleichen Fonds oder die gleichen Fonds zu den besten küren. Aber die Awards werden nach unterschiedlichen Kriterien eben auch an unterschiedliche Fonds verteilt. Dann lassen Sie mich die Frage vielleicht anders formulieren. Wie muss ein Fonds aussehen, damit Sie in ihn investieren würden? Na, auch das ist schwierig. Also zunächst mal brauche ich Fonds, deren Konzept ich trauen kann, deren Risikomanagement ich trauen kann, wo ich weiß, ein Fondsmanager macht verlässlich in jeder Phase des Marktes das, was das Konzept ihm vorgibt. Fondsmanager, die aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen und damit mal richtig und mal falsch liegen, sind mir suspekt, weil es könnte ja auch sein, dass ich einen treffe, der gerade mal fünfmal richtig gelegen hat und dann kommt die bittere Enttäuschung hinten nach. Das ist der erste Punkt. Zweitens, es muss eine vernünftige Relation zwischen Chance und Risiko bestehen. Das ist banal eigentlich, aber wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht und auf der Zeitachse auffächert, wie ist die Relation von Performance zu Drawdown, weil die Volatilität als Risikomerkmal ist für meine Begriffe, gerade in dem Segment, in dem ich tätig bin, nämlich Vermögensverwaltung und alternative Fonds, nicht das richtige Maß. Wenn ein Fonds das volle Aktienrisiko nach oben mitnimmt und dementsprechend eine hohe Volatilität hat, ist er noch längst nicht risikoreich, wenn er, nach welchen Kriterien auch immer, in der Phase, wo es bergab geht, eben beispielsweise in den Geldmarkt umschichtet, über Futures absichert oder was auch immer. Alle normalen, klassischen Kennzahlen, Sharp Ratio und alle auf der Volatilität aufbauenden Kennzahlen sind für das, was ich in der Fondselektion betreibe, weitestgehend ungeeignet. Es geht also darum, wenn ich das vielleicht so sagen darf, Stärken und Schwächen von Fonds so miteinander zu kombinieren, dass ich möglichst ruhig auch in turbulenten Phasen schlafen kann. Wie ermitteln Sie die Stärken und Schwächen der Fonds? Zunächst mal, unterschiedliche Fondskonzepte haben in unterschiedlichen Marktphasen ihre Stärken und Schwächen. Managed Futures Fonds sind in Krisenphasen oft stärker, Long-Short-Fonds sind von den Marktentwicklungen oft, nicht immer, ziemlich unbeeinflusst. Klassische Mischfonds reagieren mit den Märkten, vielleicht nicht so heftig und so weiter und so fort. Wenn ich Fonds habe, die konzeptgetreu und dann auch im tatsächlichen Vergleich mit den Marktentwicklungen sich so verhalten, wie sie sich verhalten sollten, dann kann ich diese Fonds nach bestimmten Marktphasen einsortieren. Ich unterteile das in Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen. Lassen Sie mich mit der Mehrwertphase anfangen. Eine Mehrwertphase ist, willkürliche Festlegung meinerseits, intakt, solange innerhalb von 90 Kalendertagen ein neuer historischer Höchststand für den Fonds erreicht wird. Ist das nicht der Fall, beginnt mit dem Tag nach dem letzten Höchststand eine Verlustphase, die logischerweise an ihrem Tiefpunkt endet. Und dann muss das, was verloren ist, ja erstmal wieder aufgeholt werden, ehe es für den Anleger wieder zu Mehrwert kommt. Also eine neue Mehrwertphase. Legt man diese Phasenkorrelationen übereinander von verschiedenen Fonds, erkennt man sehr schnell bestimmte Muster. Und man erkennt vor allen Dingen, dass diese Korrelationen zu den Marktentwicklungen relativ stabil ist. Das klappt nicht immer, sonst bräuchte ich ja auch nur zwei oder drei Fonds. Man braucht eine gewisse Streuung, weil es immer mal wieder Enttäuschungen gibt. Aber es gibt eben auch immer mal wieder angenehme Überraschungen. Und in dieser Kombination kriege ich den Grundstock für ein Portfolio, das ich jetzt weiter optimieren kann. Wenn jetzt ein solcher Fonds von Ihrem Team als passend eingestuft wird, wandert der dann automatisch ins Portfolio? Nein, weil dann hätte ich ja automatisch bei, was weiß ich, 120, 150 Fonds, die auf einer Shortlist stehen, hätte ich ja automatisch alle Fonds im Portfolio. Sie müssen, wie Sie ja in der Einleitung schon sagten, zueinander passen. Es kommt nicht darauf an, also nehmen wir das gestrige Fußballspiel, Zweit- und Drittligaspieler aus Island deklassieren die Erstligaspieler aus England, weil die Mannschaft einfach besser aufgestellt war und die Mannschaft besser harmonierte. Und so ist das im Fondsportfolio auch, da ich wie eingangs erwähnt, die besten Fonds ja gar nicht identifizieren kann, weil je nach Kriterien es immer andere sind, muss ich schauen, wie reagieren die Fonds miteinander. Welcher Fonds gleicht die Schwächen eines Fonds mit gleichzeitiger Stärke aus und umgekehrt. Und das mache ich unter verschiedenen Kriterien, also einmal nach dieser Phasenkorrelation. Aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt dazu. Ich will vor allen Dingen dem Anleger eines bieten, die Sicherheit, dass er nicht mehr verliert, als er verlieren möchte. Wenn ich das mal auf ein ganz normales Depot beziehe, jetzt ganz losgelöst vom Fonds, so kann ich genau skalieren, will der Anleger oder verträgt der Anleger 5% drawdown oder 10% oder 15% und kann mein Portfolio entsprechend skalieren. Wie mache ich das? Nicht mit den herkömmlichen Methoden, kein CPPI-Modell, kein Value-at-Risk-Ansatz etc., sondern ich gehe, und das ist ganz banal, her und nehme den Maximum Drawdown eines jeden Fonds und multipliziere ihn mit seiner Allokation, also mit seinem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Ich unterstelle also quasi, alle Drawdowns, alle Maximum Drawdowns der Fonds wären zum gleichen Zeitpunkt angefallen. Das ist natürlich nicht der Fall, weil die Drawdowns sind über diese Phasenkorrelation ja auf der Zeitachse gut verteilt. Dadurch habe ich Luft, dass es im einen oder anderen Fall natürlich mal einen höheren als den bisherigen Drawdown gibt. Dafür brauche ich ja eine gewisse Sicherheitsmarge. Und zum anderen kann ich in dem Moment, wo mein Gesamtportfolio Drawdown unter Annahme, alle Drawdowns am gleichen Tag angefallen, kann ich jetzt justieren. In dem Moment, wo der mir höher steigt, kann ich Risiko rausnehmen aus dem Fonds, um eben diese 10% als Beispiel im Fonds einzuhalten. Auf der anderen Seite muss ich natürlich schauen, ich könnte ja auch die Drawdowns begrenzen, indem ich in Geldmarktfonds gehe. Dann habe ich aber keine Performance. Das heißt, jetzt muss die Performance wiederum in Relation zu dieser Drawdown-Restriktion skaliert werden. Das heißt, ich muss Fonds zusammen mischen, die eine hohe, vergleichsweise hohe Performance in Relation zum Drawdown-Risiko haben. Für mich ist da eine adäquate Größe, dass über verschiedene Zeitfenster betrachtet, die annualisierte Performance halb so hoch ist wie der Maximum-Drawdown des Fonds. Also angenommen, ein Fonds hat über die letzten sieben Jahre ein Maximum-Drawdown von 10% gehabt, dann sollte seine Performance, das ist wiederum eine Festlegung von mir, mindestens 5% PA betragen. Jetzt gibt es Fonds, die sind in der Relation besser, es gibt Fonds, die sind in der Relation schlechter. Da kommt es wiederum darauf an, wer nimmt mir das Risiko raus. Es gibt Fonds, ich mache ein Beispiel, die haben seit 2011 keinen Höchststand mehr gehabt. Sie haben eigentlich nur Geld gekostet, aber sie haben zuverlässig, immer wenn die Aktienmärkte runtergegangen sind, positive Performance erwirtschaftet, die sie anschließend wieder abgegeben haben. Das heißt, sie haben mir die Drawdowns und damit das Risiko gerettet. Und das ist das Wichtigste überhaupt, weil es nutzt am Ende des Tages nichts, wenn ich eine super tolle Performance habe, aber der Anleger ist nicht mehr da. Sie haben all diese Ideen in einem neuen Fonds zusammengefasst, den Mehrwertphasen Balance UI. Für welchen Anlegertypus ist dieser Fonds geeignet und welche Renditeerwartungen haben Sie hier? Ein Fonds, der nicht mehr als 10% Drawdown riskieren will, ist eigentlich für den typischen Hasenfußanleger geeignet. Vielleicht nicht für den, der am liebsten in Festgeld, selbst bei Nullzins oder Negativzins unterwegs ist, aber für Anleger, die sagen, 20% Drawdown kann ich schon mal verkraften, stellen wir ja immer wieder fest, wenn es 10% sind, ruft er entnervt bei seinem Berater an. Wir wollen mit diesem Mehrwertphasen Balance, übrigens das französische Wort sprechen wir deutsch aus, wir wollen mit diesem Fonds nicht mehr als 10% verlieren. Und dementsprechend ist der für breite Anleger-Schichten geeignet, die ja durch Beimischung aggressiverer Fonds durchaus das Risiko im Gesamtportfolio erhöhen können oder umgekehrt auch Risiko rausnehmen, indem sie noch defensivere Fonds beimischen. Das heißt ja nicht, dass wir als einziger Fonds im Portfolio die Gesamtverantwortung für das Portfolio des Anlegers übernehmen wollen. Also die besten Fonds gibt es nicht, haben wir gelernt. Es kommt immer darauf an, die Fonds gut miteinander zu mischen. Das sagt Jürgen Dummstadt, er ist Geschäftsführer der Econ Fonds Marketing GmbH. Haben Sie ganz herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit. Vielen Dank. Danke Ihnen.